Und weiter geht's. Mit Let's Play schiebt das Mikro her und dann werden wir mal schauen dass wir die nächste Mission machen mit dem Jump. Ich glaube Jump passt da ja. Wollen wir mal. Was habe ich gesagt? V8, nicht V6. Ja, genau. V8 ist die magische Nummer. Wir werden einen großen Schiff, ein Bonafide Bad Boy. 429 cm³, 460 harsen, Holy Rollen, niemand kann dich auf den Blacktop Day oder Nacht sein. Du wärst evergreen, eternal roadshippen mit den Gästen. Wo ist es? Gas Town. Let's go there. No, wait, wait, wait. You can't just go to Gas Town. We need armor on my angel for that one. Yeah, it's gonna take a long time too. I probably need to get a couple of... Carriers! Get in the car! Wait, wait, my camera not going! Let's go there, get in the car! Look! Oha! Geht da gleich gut zur Sache? Ja, das hat sich gelohnt. Geht da aus den Augen. Ah, mit Klicken können wir gleich hinterschauen, das ist praktisch. Ah, ja. Seiner Legion sollen mal folgen. Geht da aus. But it's not blood. Oha! Erunci. The blacktop! Hehehe! We had the car. We need to go. Gute! Du bist ein sicherer Ort? Ein Ort wir können wir bauen? Ich... Geet, der große Wirt! Wir können ein Verkaufsverhalten! Aber wir glauben, dass sie nicht uns töten können! Das finde ich nicht sicher! Ist das das beste, was wir können? Ich glaube nicht, dass wir eine Chance haben! Ich will nicht mehr, nein, nein! aber das drum da mal rein so jetzt haben wir da mal fuelcane jetzt schauen wir mal was das ding da tut oh nein scheiben versichert geschossen schauen wir mal daran was es hier so gibt gas town im hintergrund brennen nur bitte black moss geese stronghold da geht es immer noch ordentlich ab oil pump camp scarecrow sniper hmm black moss okay und dann runter schon cool gemacht irgendwie das system und dann das sind wir auch schon passt 100% gelootet und dann und dann und dann und dann und ein scavenger und rüber kein normal Da liegt noch mal die Zerfold-Idioten. Machen wir so das Crap her. Jetzt komm her, jetzt komm her, jetzt komm her, jetzt komm her. Die Zeit noch mal erledigt. Das läuft eigentlich ganz flüssig. Und erwischt. Da drin. Bam. Bam. Da ist der weg. So, die Typen fährt sich jetzt so weg. Da ist das ein totales Glumpert, das man so fahren muss. Aber gut. So, da haben wir den Fetzen. So, da muss ich erst einmal diese Scarecrow entfernen. So. Adios. Na, doch nicht. Läufts. Mal schauen, ob so ein Scrap aussah. Aha. Aha. Also, Quick Repairn kann man auskostet, aber extremst viel Scrap. Okay. Aber es lohnt sich kaum. Also, mit B kann ich einfach so quasi das Quick Hooken oder was auch immer. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen, wenn es so ist. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen, was ist eh cool. Okay. Das Ding jetzt einfach tot rammen. Langsam mal was hin los. Und dann auch mal, weißt du was schön ist. Ah, da werden die also Gas fallen lassen. Macht schon ein bisschen Sinn, dass das so gut wie es tut. Joa, ah, irgendein Vehicle. Wo reicht das so oft, glaube man? Komm mal nicht. Okay, das ist schade. Ich muss da ja schon mal die Scarecrow entfernen. Es ist eine Abomination! Und ein Verbrauch von guten Metall. Was haben wir gerade mit dem Backflip gemacht? Das war schon cool irgendwie. Wir haben den mit Backflip erledigt. Hammerhead. Was? 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 Mal schauen, was wir das Ding t-bonen. dann war es jetzt schon mal später an, up jump, jump, hold to cheat da gibt's water, ok naja, da fällt mir ein das kann man nur mal beim links machen ähm das war mit Graffa Graffa ja 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 guck falter な ja ja knapp unter fünf oder knapp fünf noch wir haben noch mal so Scarecrow, die leisen wir dann aber weg Ally Camp Ah, okay, also diese Camps können wir tatsächlich fast wieder nehmen, weil sie sofort befreien Okay Nicht mit dem Ding Und fünf auf, ja, immer noch fünf Es brennt unsere Kiste inzwischen, ja Die, die nicht so gesund sind, sind brennende Motorblöcke So, können wir wieder mal aussteigen Der repariert da gerade mal Repariert, jawoll Das reicht nicht Bis jetzt ziemlich gut Das ist größer, als ich erinnere Wo ist Jeetan? Ich kenne dich? Gute Chance, du wirst Ja, naja, aber Es gibt keine Freunde, die in diesem witzigen Fall Ja Jetzt bieten wir denen dann an Vielleicht, ja, Dienste halt, ne? Ob wir vielleicht am Weg hinzu für Sachen kaputt machen sollen Ich bin der seine So Ich bin nur gesporned Oh, da sind auch Pfeile drin, ne? Bine, die Bine, die Bine 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 Entschuldigung, aber er ist ein Fahrer von anderen Werteidigungen! Ja, du siehst du! Warum würde ich... ... ein Fahrer von anderen Werteidigungen? Scrapmonkey! Bitte! Bitte! Wir sind in den Verrens gebeten! Und alle meine Gäste! Es wurde zerstört! Meine Infinelle Sprecher! Und... Wir müssen diese Maschine healen! Wenn wir uns hier arbeiten, wo er es ist, und meine schwarzen Fingern, wir werden dir ein... ...bonafide... ...Greispet! Ah, praise be the Prophet! Lass ihn rein! Ah, ich habe vergessen, mein Bild wegzutun! Huu! Die Mutter auf den Werteidigungen! Wo es denn?! Komm hier hin! Und ja! Warte mal, warum ich hier rausgekomme? Ich küsse... Diese Ort wird sterben. Alle, die sich nur wieder mit uns ... ... der ging zurück auf Gasstown. Wir werden clearerer, die Nerfgeber! Das ist wirklich wert, hier zu leben. Hmm! Verrückt die Augen? Die Augen sind eine gewisses. Äh, wir nehmen das mal. Hm. Lission Ability. Ah, okay. Das ist so knuffig, okay. Wenn wir dann mal die ganzen optionalen Scrapting upluten. Naja. Bevor wir da mit dem reden, schauen wir mal. Hm. Naja. Guten Tag. Unter-Man in his own home. Listen, we used to rule this stretch, and now the Warlord controls all and brings only death. Warlord. Scrotus. Scabris. Killed, I hear. Sawed him up in the head. But his terror outlives him. A proposition, then. Don't weaken their grip on these lands. You give us the UCO Garage and Tools. Boom! If I thought you could, you'd have a deal. And then what? Gastown. Oh, one peep at the jaw will change your mind. What's the jaw? It's a gate. You gotta pass to reach Gastown. Look for it yourself. It's in Dead Baron's Pass. Happy fall, why do? Do we have a deal? Yeah, you weaken the influence of that dead warlord. And we'll have a deal. Alles klar. You should get your little black finger working on your car. It needs to be beeped up, and you're gonna make good on our deal. Whoa, it's an argument. Äh, achso, das ist einfach nur das Strongholds sein, okay. Okay. Jetzt rumgelaufen, schauen wir mal. Hi, Jump. Guten Tag. Gut. Just help me find the requisite parts, and some kind of trigger mechanism. Oh, you want a trigger driver? Think we got some old gun junk in the cage. Take a look. Nope. Maybe a scrap monkey can make something of it. We don't have anyone can figure that stuff out anyway. Plus no ammo to talk of. Na dann, bis zum nächsten Teil. Bis zum nächsten Teil.